Ja, Frank hat eine spezielle Idee. Ich muss Ihnen ganz ehrlich mal was sagen. Ich trete heute, ich bin 43 Jahre Wetzlar, zum ersten Mal im Rosenkärtchen auf. Und es ist nicht eine super Kulisse, die wir heute haben. Ein tolles Wetter. Ich habe eben schon erzählt, ich war heute Morgen schon segeln. Das bietet sich ja dann auch an, auf dem Ahrtalsee hier oben bei uns. Aber jetzt Ihre Aufmerksamkeit zu Frank Mignon. Also erst mal muss ich eines loswerden, meine Damen und Herren. Wenn man hier in so einer Kanzel steht, hat man subjektiv sofort das Gefühl, etwas Bedeutendes sagen zu müssen. Oder, Herr Markler? Also ich habe mir überlegt, John F. Kennedy hätte hier gesagt, I take pride in the words, I know Wetzlarer. Oder, ich weiß nicht genau. Hatzky-Drich Genscher hätte jetzt zu ihm gesprochen und hätte gesagt, Ich bin gekommen, Ihnen mitzuteilen, dass heute die Fußballmeisterschaft beginnt. Oder? Ich hoffe, dass er, ich hoffe, dass er, damit auch Herr Markler, der war extra für Herrn Wette, jetzt kommt er für Herrn Markler. Willy Brandts hätte damals gesagt, Wetzlar und der Sport, Jetzt fängt's zusammen, was zusammen gehört. Und ich sehe, ich sehe auch keinen Reitsprecher, ich sehe auch keinen Heier. Helmut Kohl hätte gesagt, Ein bisschen mehr Sport, dann haben wir auch die Britzen noch durch die jübe Landschaft. Guten Morgen zum Thema Politik, meine Damen und Herren. Und es hat Zeit für den Song dieser Fußballmeisterschaft, Anita, bitte sehr. Und diese Saison, das wird eine große Sache. Ich wach auf und denke mir, es ist so weit, das muss sie sein, diese neue Zeit. Der Tag kann gar nicht schnell genug bewegen, die vier Plätze, die wir reißen, das können. Die Radio spielte das Beste von heute, ich hab keine Erfahrung, diese Lecke, ich gehe raus und ich mach mal Glück, kein Lied und kein Lied hält mich heute zurück. Ich will nach Zahn, hab nicht lange genug verschleppt, Ich bin nur der Tiger, in mir wurde auch gemerkt, ich hatte gerade, wenn ich grüßt das Haus, ich knall das Fenster auf und schrei ihn raus. Es wird eine große Sache, was wir heute machen, das wird ein Riesen-Dreh und ich weiß, wie das singt. Es wird ganz auf, sag ich mich, und ich weiß, du siehst ganz ähnlich, das wird eine geile Zeit und wir sind bereit. Ich seh' mir an, du weißt genau, was ich mein, dass jemand kommt und wein' nicht klein. Komm, wir machen uns auf den Weg, und sieh' mir Blüte, dann bau' wir nen Schiff, weil es eh will, zieh dir was Warmes an, wenn es scheint, sind andere mit Schneeschippen dran. Wir sind im Sportteil meiner Zeitung, es gibt nur nichts, bitte, es gibt nur die falsche Kleidung. Leben warst du noch allein in dir, und auf einmal sind ganz viele hier, und wir sind im Sportteil meiner Zeitung, wir sind im Sportteil meiner Zeitung, wir wollen mal zeigen, was wir können. Es wird eine große Sache, was wir heute machen, es wird ein Riesen-Dreh und ich weiß, wie das singt. Es wird ja nichts außergewöhnlich, und ich weiß, du siehst ganz ähnlich, das wird eine geile Zeitung, und wir sind bereit. Und wirklich wieder mal erschufen, dann zieh' ihn einfach raus, ein bisschen Mut gehört dazu, zusammen wirft was draus. Und wenn dein Nachbar drüber lacht, dann lass ihn stehen und denk dir bloß, gewinnen kann nur wer was macht, heute geht es endlich los. Es wird ja nichts außergewöhnlich, was wir heute machen, es wird ein Riesen-Dreh und ich weiß, wie das singt. Es wird ein Riesen-Dreh und ich weiß, du siehst ganz ähnlich, das wird eine geile Zeitung, bis wir die rein. Es wird ein Riesen-Dreh und es wird ein Riesen-Dreh und das wird ein Riesen-Dreh, und wir sind im Sportteil meiner Zeitung, es wird ein Riesen-Dreh und es wird ein Riesen-Dreh. Es wird ein Riesen-Dreh und es wird ein Riesen-Dreh. Ja, wir machen weiter und wir binden zu einem Grußwort hierzu.